Den kannst du jetzt ja auch Probleme erkennen, weil er so weit vorne steht. Weil er so weit vorne steht und weil er klugerweise sich seine Warnweste, einen Helm in Warnfarbe und und und. Also der macht es ja total richtig. Die beiden Folgen jetzt hier, die da gerade kommen, angerödelt kommen, ja. Also die Frau ist im Moment komplett aus dem Bild, die erste Fahrradfahrerin, die zweite da. Die war jetzt komplett aus dem Bild. Der dritte, weil er da ein bisschen zurückstand, konnte man auch gut erkennen. Das heißt, die konntest du auch in keinem der Spiele sehen, ja? Nein, das war in der Tat ein guter Winkel. Ja. Und die stand tatsächlich nur ein Meter neben mir, ja? Ja.